Hola, ¿cómo estás? Soy Lucia. In diesem Video findest du Übungen zum Passiv. Du solltest die Videos Passiv Teil 1, Formen, Vorgangspassiv und Zustandspassiv, sowie Passiv Teil 2, Verschiedene Zeiten, Ersatzformen, angeschaut haben. Ich gebe dir im ersten Teil einen Lückentext vor, den du mit der Passivform in der angegebenen Zeitform ausfüllen sollst. Im zweiten Teil sollst du Aktivsätze ins Passiv umformen und im dritten Teil das Passiv durch die Passiva Refleja ersetzen. Drücke jeweils auf Pause, schreibe die richtigen Formen bzw. Sätze auf, Ich gebe dir dann die richtige Lösung und du kannst dir selber Punkte geben. Uno. Completa con la forma de la voz passiva. Atención al tiempo indicado. Ergänze die Passivform in der angegebenen Zeitform. Ejemplo. Beispiel. Cuando era niño, Zapata vio como todo un barrio destruir por los hacendados. Pretérito indefinido. Als Zapata ein Kind war, sah er wie ein ganzes Stadtviertel von den Großgrundbesitzern zerstört. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com